. Palmöl, Segen oder Fluch? Auf Palmen wachsen die ergiebigsten Ölfrüchte. Doch die globale Gier nach ihrem billigen Fett heizt den Klimawandel weiter an. Herzlich willkommen beim Weltjournal. In der Fastenzeit dreht sich in unserem Breiten traditionell viel ums Essen und die spirituelle Qualität des Verzichts darauf. Aber jenseits davon und außerhalb unserer Breiten ist das Thema ein ganz anderes. Wie kommt man schneller und billiger zu immer mehr Nahrung für immer mehr Menschen? Mahlzeit bei einem Abend, an dem sich alles ums Essen dreht. Im Weltjournal Plus etwas später können Sie sehen, wie sich zwei Filmemacher mit Essen aus dem Müll die Bäuche vollschlagen. Jetzt aber geht es um billiges Fett. Fett im Essen, das ist nicht nur der Geschmacksverstärker schlechthin, sondern auch ein Zeichen für wachsenden Wohlstand. Was die Super Size Nation USA vorgemacht hat, wird jetzt in Asien kopiert. Und die Quelle von billigem Öl sprudelt auch gerade dort. Palmöl bringt alle Qualitäten mit, die man zum Frittieren und für andere Formen der Verarbeitung braucht. Und es ist extrem ertragreich. Aber es hat eine Kehrseite. Gewaltige Monokulturen, für die tropische Wälder abgeholzt werden müssen. Kommen Sie mit an die Quelle des billigen Öls und zu seinen Folgen nach Malaysien. Ölpalmen, soweit das Auge reicht. Was aus der Luft wie herrlich grüne Oasen aussieht, ist der Tod des tropischen Regenwaldes. Die Anbaufläche von Ölpalmen hat sich in nur drei Jahrzehnten verdoppelt. Auf mehr als 18 Millionen Hektar, meist auf Kosten des Regenwaldes. Mehr als 80 Prozent des Palmöls stammt aus Indonesien und Malaysia. In diesen Ländern steht Palmöl inzwischen synonym für fette Gewinne. Doch wofür wird das tropische Pflanzenfett eigentlich verwendet? Ein Gang durch den Supermarkt liefert ein erstaunliches Ergebnis. Palmöl wird nicht nur von der Lebensmittelindustrie eingesetzt, sondern findet sich als Zusatzstoff in unzähligen Erzeugnissen für den täglichen Gebrauch. Kaum ein Produkt in den Regalen, das ohne Palmöl auskommt. Von Brot über Kekse, von Kuchen bis Kosmetikartikel. Meist ohne es zu wissen, kaufen wir tagtäglich Produkte, die das tropische Pflanzenfett enthalten. Palmöl ist den wenigsten Menschen in der westlichen Welt ein Begriff. Ich bin Koch, aber ich habe noch von keinem gehört, der mit Palmöl kocht. Können Sie mir jemanden nennen? Man verwendet es zum Kochen, nicht wahr? Ich aber nicht. Wir kommen aus Frankreich. Wir verwenden Olivenöl, kein Palmöl. In einem von zehn Produkten aus dem Supermarkt ist Palmöl enthalten. Wenn auch oft nur in Spuren. Vermutlich ist es in Palmolivseife enthalten. Aber damit ist mein Wissen über Palmöl schon erschöpft. Seit mehreren Jahren erleben wir einen regelrechten Palmöl-Boom. Der weltweite Verbrauch liegt bei fast 60 Millionen Tonnen. Tendenz steigend. Bisher wurde Palmöl in Produkten dem Überbegriff pflanzliche Fette subsummiert. Seit Dezember vergangenen Jahres gilt in der EU aber eine neue Verordnung. Palmöl muss in Lebensmitteln explizit ausgewiesen sein. Ein Umstand, der Palmöl im Konkurrenzkampf mit Soja, Sonnenblumen oder Rapsöl einen großen Vorteil verschafft, ist die hohe Ertragsfähigkeit der Ölpalme. Pro Hektar Land können rund 1000 Liter Olivenöl gewonnen werden. Auf der gleichen Fläche schafft die tropische Palme rund 6000 Liter. Ölpalmen bringen aber nicht nur um ein Vielfaches mehr an Ertrag, sondern auch die Ölherstellung ist im Verhältnis billiger. Die Ölpalme stammt ursprünglich aus Westafrika. Niederländische Seefahrer brachten sie nach Südostasien. Seither dominiert Palmöl den lokalen Markt. Erst die enorme globale Nachfrage nach billigem Fett hat dann der Wirtschaft diesen unglaublichen Aufschwung beschert. Allein Malaysia exportiert jährlich 20 Millionen Tonnen. Die malaysische Palmölindustrie ist einer der wichtigsten Zweige der Agrarwirtschaft des Landes. Der Gewinn pro Jahr beträgt etwa 60 Milliarden malaysische Ringgits. 60 Milliarden Ringgits, das sind mehr als 15 Milliarden Euro. Rund 500.000 Menschen sind in der Palmölindustrie beschäftigt. In Kuala Lumpur, der Hauptstadt des Landes, ist der wirtschaftliche Aufschwung am deutlichsten zu sehen. Der Palmöl-Boom hat asiatische Firmen zu Global Players gemacht. Felda, ein malaysischer Palmölhersteller zum Beispiel, legte Anfang 2012 nach Facebook den zweitgrössten Börsengang aufs Parkett. 4,5 Millionen Hektar sind in Malaysia mit Ölpalmen bewachsen. Das ist mehr als die Fläche der Schweiz. Aber der Vergleich mit traditioneller Landwirtschaft zeigt, dass das nur ein verhältnismäßig kleiner Teil ist. In Spanien zum Beispiel sind 25 Millionen Hektar Agrarfläche. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Staatsgebietes. Ölpalmen können an die 120 Jahre alt werden. In Plantagen werden sie jedoch nach rund 30 Jahren ersetzt, weil dann ihr Ertrag nachlässt. Nach drei Jahren werden erstmals Früchte produziert. Jährlich bringt eine einzelne Palme an die 15 Fruchtstände hervor. Ein Fruchtstand besteht aus unzähligen Einzelfrüchten und muss per Hand geerntet werden. Nach der Ernte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Früchte verderben rasch und müssen daher innerhalb von 24 Stunden zu den Mühlen gebracht und weiterverarbeitet werden. In grossen Kesseln werden die Palmölfrüchte dann unter Druck erhitzt. Danach werden die Einzelfrüchte herausgeschüttelt und gekocht. Aus dem Fruchtfleisch wird das rote Rohpalmöl herausgepresst. In Raffinerien werden anschliessend goldfarbenes Palmöl und industrielle Palmfette hergestellt. In unterschiedlichsten Verpackungen tritt Palmöl dann seine Reise um die Welt an. Alleine Malaysia versorgt weltweit mehr als 150 Länder mit dem flüssigen Gold. Die Lebensmittelindustrie benötigt Unmengen an billigem Fett. Allen voran die Fast Food Nation Nummer 1, die USA. Jedes Jahr werden in den Vereinigten Staaten an die 10 Millionen Tonnen Öle und Fette verarbeitet. Die Forderung nach gesünderer Ernährung, der aber nicht mehr kosten darf, hat in den USA den Siegeszug von Palmöl eingeleitet. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, was unsere Nahrung verursacht. Wir müssen verstehen, wie sehr Essen unsere Gesundheit beeinflusst. Es kann Diabetes, Herzerkrankungen oder Krebs auslösen. Die Herausforderung wird sein, dafür zu sorgen, dass gesunde Nahrung gut schmeckt, sodass es für die Menschen einfacher wird, sich für etwas Gesundes zu entscheiden. Tag für Tag hören wir die Warnungen. Unser Essen ist zu fett, enthält zu viel Cholesterin. Wir schaden unserem Körper durch Übergewicht und verursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach Amerika und Europa kämpfen Ärzte vermehrt auch in Asien für mehr Gesundheitsbewusstsein bei der Ernährung. Generell nehmen wir Menschen zu viel Fett zu uns. Der Grund ist sehr einleuchtend. Fett gibt Essen einfach einen guten Geschmack. Wir brauchen ein gewisses Mass an Fett, um über den Verdauungstrakt Kalzium aufnehmen zu können. Und auch eine bestimmte Art von Vitaminen, sogenannte fettlösliche Vitamine, brauchen eben Fett, um vom Körper aufgenommen werden zu können. Der Zusammenhang zwischen zu viel Fett und Herzerkrankungen ist bewiesen. Aber natürlich gibt es auch noch eine Reihe weiterer Faktoren, die einen Herzinfarkt begünstigen, wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen und Cholesterin. Zählt Palmöl nun auch zu den ungesunden Fetten? Nein, man kann sagen, Palmöl ist cholesterinfrei, so wie alle pflanzlichen Fette cholesterinfrei sind. Ein wesentlicher Vorteil, den Palmöl gegenüber anderen pflanzlichen Fetten hat, ist seine natürliche Festigkeit. Deshalb kann es ohne chemisches Härten bei der Lebensmittelherstellung verwendet werden. Und ersetzt so die gesundheitsschädlichen künstlichen Transfette, die beim Prozess des Härtens normalerweise entstehen und in unsere Nahrung gelangen. Lange Zeit war die Verwendung von Transfetten in der Lebensmittelproduktion üblich. Doch Mitte der 90er Jahre wurden die schlechten Auswirkungen auf unseren Körper bekannt. Wenn ein Mensch Transfette zu sich nimmt und man im Anschluss eine Blutuntersuchung macht, erhält man folgendes Ergebnis. Das LDL, also das gute Cholesterin, sinkt. Und das HDL, das schlechte Cholesterin, steigt hingegen an. Deshalb haben die Regierungen in den USA und in Europa angeordnet, dass die Bestandteile von Nahrungsmitteln ausgeschildert werden müssen. Neben der Kalorienzahl müssen auch Transfette ausgewiesen sein. Und es wird empfohlen, sie zur Gänze zu vermeiden. Transfette sind auch für das massive Fettleibigkeitsproblem vor allem in den USA mitverantwortlich. Denn die Amerikaner lieben ihr Essen am meisten, wenn es frittiert ist. Ob Hamburger, Pizza oder ähnliches, Junkfood ist meist fetttriefend. Pommes frites, Hühnchen oder Fisch. Alles kommt ins heisse Öl. Sogar Pizza. Transfette sind in den USA aber nur vereinzelt vom Speiseplan verbannt. Die FDA, die Nationale Gesundheitsbehörde, überlegt seit 2013 ein generelles Verbot einzuführen. Die Regierung hatte dafür zu sorgen, dass Nahrungsmittel nicht gesundheitsschädlich sind. Transfette sind künstliche Zusatzstoffe, die vielen Lebensmitteln beigefügt werden. Und die Regierung hat das auch über viele Jahrzehnte erlaubt. Aber das ist nur deshalb geschehen, weil es damals noch keine Hinweise auf die Risiken für die menschliche Gesundheit gegeben hat. Was in den USA noch diskutiert wird, ist in Europa schon vielfach umgesetzt. Bereits 2003 hatte Dänemark als erstes Land der Welt den Verkauf von Produkten, die mehr als 2% Transfette im Gesamtfett beinhalten, verboten. Weitere europäische Staaten sind dem Beispiel gefolgt. So auch Österreich 2009. Transfette verursachen nicht nur zu hohe Cholesterinwerte und Fettleibigkeit, sondern sind auch für massive Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. Mitte 2008 hat New Yorks Gesundheitsbehörde deshalb die Notbremse gezogen und den fast 30.000 Essensproduzenten der Stadt die Verwendung von Transfetten verboten. Von Restaurants über Fastfood-Ketten bis hin zu Straßenküchen und Bäckereien. Transfette sind ja sogar in den weißen, glibberigen Backfetten enthalten, die man für die Herstellung von Torten braucht. Und natürlich in den Frittierölen. Die wurden vor allem mit Transfetten haltbarer gemacht, damit sie nicht so schnell ranzig werden. Palmöl konnte die Lücke, die die Verbannung der künstlichen Transfette aus der Lebensmittelproduktion hinterlassen hatte, schließen. Seine Eigenschaft, auch unter hohen Temperaturen beständig zu bleiben, macht Palmöl im Vergleich zu anderen Pflanzenölen vor allem für viele Gastronomen attraktiv. Palmöl ist großartig, alles Frittierte wird sehr knusprig und bekommt einen guten Geschmack, vor allem im Vergleich mit anderen Ölen in der Pfanne. Es bekommt eine schöne Farbe und Palmöl gibt den Speisen keinen komischen Beigeschmack, wie das manchmal bei anderen Ölen der Fall ist. Doch den Preis für die Befriedigung der weltweiten Gier nach billigen Fetten bezahlt die Natur. Die stetig wachsende Weltbevölkerung verspricht den Palmöl produzierenden Ländern auch in Zukunft fette Profite. Alleine Indonesien will seine Plantagenflächen bis 2025 auf 20 Millionen Hektar ausdehnen. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder der World Wildlife Fund machen seit Jahren in Kampagnen auf die Zerstörung des tropischen Regenwaldes aufmerksam. Regenwald wird abgeholzt, Torfenmoorböden werden trockengelegt, um Palmölplantagen anzunehmen. Allein das erhöht den Treibhausgasausstoss um mehr als 4 Prozent im Jahr. Die Zerstörung wirkt sich auch auf die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt aus, etwa die Orangutans. Und auch der Lebensraum indigener Völker wird zerstört. Um mehr Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, initiierte der WWF 2004 den runden Tisch für nachhaltiges Palmöl. Seine Mitglieder sind Vertreter aus Anbau, Handel, Industrie und Banken auf der einen, Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen auf der anderen Seite. Plantagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des runden Tisches erfüllen, bekommen ein Zertifikat, das RSPO-Siegel. Doch Besitzer einer zertifizierten Plantage betreiben an anderen Orten oft Raubbau, ungestraft. Kritiker nennen das Siegel einen Etikettenschwindel. Die Situation ist komplex. In diesem Teil der Erde existiert neben der Palmölindustrie auch eine grosse Holzindustrie. Und beide wollen neues Land erschliessen. Wir kennen also die Probleme der Rodung schon von der Holzindustrie. Und jetzt sind die Palmölproduzenten dazugekommen. Alle werden in denselben Topf geworfen, das ist die eine Sache. Und die andere ist das unglaubliche Wachstum dieser Industrie. Das setzt die Kontrollbehörden und den Gebrauch der bestehenden Ressourcen enorm unter Druck. Korruption und ungeklärte Besitzverhältnisse von Grund und Boden schaffen zusätzlich Konflikte. Die Plantagenbetreiber fühlen sich nicht verantwortlich, auch nicht für die Zerstörung der Umwelt. Die massiven Rodungen seien ein Ergebnis der landwirtschaftlichen Praktiken, eingeführt vor Jahrhunderten von den einstigen Kolonialherren. Die führenden Industriebetriebe dieser Zeit, allen voran die britischen, haben hier in Malaysia erst mit der Schaffung riesiger Plantagen begonnen. Sie haben die Ölpalme eingeführt, weil sie erkannt haben, dass diese Pflanze in unseren Breiten besonders gut gedeiht. Und sie der Landwirtschaft reiche Erträge bringt. Zu diesem Zweck wurde vor langer Zeit Regenwald gerodet, um eben Ölpalmen, Kautschuk und andere tropische Pflanzen anzubauen. Aber in sehr restriktiver Art. Doch wichtiger als der Blick in die eigene Vergangenheit ist, wie diese Länder ihre Zukunft gestalten wollen. Wie viel unberührte Natur sind sie bereit, dem Palmöl-Boom zu opfern? Kochen und Essen ist auf den Strassen Südostasiens allgegenwärtig. Die malaysische Küche ist stark von der indischen und der chinesischen beeinflusst. Palmöl ist hier nicht wegzudenken. Malaysia, wie fast alle Südostasiaten, essen nicht so oft daheim wie wir Mitteleuropäer. In der Mittagspause und zum Abendessen gehen sie gerne mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen in eines der unzähligen Straßenrestaurants. Deshalb müssen auch die Preise für Essen außer Haus leistbar sein. Palmöl ist günstig und dadurch für den lokalen Markt bestens geeignet. Noch haben Länder wie Malaysia und Indonesien dank der bestehenden Regenwälder eine vielfältige Flora und Fauna. Doch diese Biodiversität ist zunehmend gefährdet. Das Bewusstsein in der Bevölkerung für Naturschutz beginnt nur langsam zu erwachen. Denn die Möglichkeit mit dem Anbau von Ölpalmen auch ein Stück vom großen Kuchen zu bekommen, ist verlockend. Ahmad Siedek hat ein Stück Land von seinem Vater geerbt. Und der von seinem. Über Generationen haben die Siedeks von der landwirtschaftlichen Nutzung ihres Bodens gelebt. Seit einiger Zeit setzt auch Ahmad auf das Palmöl-Business. Früher hat es hier keine Ölpalmen gegeben. Wir haben Kakao oder Kokos angebaut. Und dann haben wir bemerkt, dass die Regierung die Industrie rund um den Anbau und die Erzeugung von Palmöl vorantreibt. Da habe ich meine Chance gesehen. In Malaysia machen Kleinbauern wie Ahmad Siedek rund ein Drittel der Palmöl-Produzenten aus. Aber meist ist der Land seit Generationen landwirtschaftlich genutzt. Regenwald wird durch sie kaum zerstört. Fette Gewinne wie die Plantagenbesitzer machen die Kleinbauern nicht. Aber es reicht zum Leben und ein klein bisschen mehr. Der Palmöl-Anbau gibt mir die Möglichkeit, meinen Kindern eine gute Ausbildung zu bieten. Das ist wichtig. Und wir haben uns ein eigenes Haus gebaut. Ahmad Siedek gehört zu den Glücklichen. Er wurde noch nicht von Großkonzernen, die ihre Plantagen ausdehnen wollen, vertrieben. Doch Landraub ist in den vergangenen Jahren in Malaysia wie auch Indonesien ein stetig steigendes Problem. Das Wachstum der Palmöl-Industrie hat im südostasiatischen Raum in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein immenses Ausmaß erreicht. Und damit sind natürlich grosse Probleme verbunden, auf Seiten der Umwelt wie auch im sozialen Bereich. Die Entstehung des runden Tisches für nachhaltiges Palmöl ist daher auch als Reaktion auf diese Umstände zu sehen. Das Hauptaugenmerk des runden Tisches liegt bei den Treibhausgasen, aber natürlich auch bei der Verschmutzung von Flüssen oder von Grundwasser durch den übertriebenen Einsatz von Pestiziden. Das grosse Thema ist, wie beeinflusst die Palmöl-Industrie unsere Luft, unser Wasser und den Boden. Erklärtes Ziel des runden Tisches ist Palmöl-Produktion ohne Zerstörung der Natur. Das Problem ist, dass wir Firmen haben, die auf der einen Seite nachhaltiges Palmöl verkaufen, auf der anderen aber Regenwald- und Torfmoorböden zerstören. Ein kleiner Teil des Öls stammt eben aus nachhaltiger Produktion, aber die meisten Palmöl-Anbieter in Indonesien ruinieren nach wie vor die Umwelt. Natürlich, so wie bei allen schnell wachsenden und profitablen Wirtschaftszweigen, gibt es immer auch schwarze Schafe unter den Unternehmern. Eine Kombination aus den teils schwierigen Umständen und den schwarzen Schafen hat dann zum schlechten Image der Palmöl-Industrie beigetragen. Aber man darf sich kein falsches Urteil bilden, denn Palmöl hat die Wirtschaft von armen Ländern sehr positiv beeinflusst. Es ist unbestritten, dass die Palmöl-Produktion in den Anbauländern einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt. Der internationale Handel mit Palmöl ist eine wesentliche Einnahmequelle und er schafft Arbeitsplätze. Die meisten Prozesse bei Anbau und Ernte können nicht mechanisiert werden, weshalb viele Arbeitskräfte eingestellt werden müssen. Und diese Jobs werden vor allem in den ländlichen Regionen angeboten. Seit ein paar Jahren verlangt ein neuer Industriezweig nach Palmöl. Die Begrenztheit weltweiter Erdölvorkommen und der Ruf nach Reduktion des CO2-Ausstoßes hat einen neuen Markt für Biokraftstoffe geschaffen. Palmöl wird als Erdölersatz verwendet. Wir sehen einen vermehrten Einsatz von Palmöl auch als Brennstoff zur Energieerzeugung. Palmöl lässt sich in Fettalkohol und Fettsäureester wie auch noch in andere Derivate zerlegen und deshalb kann es Erdöl ersetzen. Vor acht Jahren hat die EU festgelegt, dass bis 2020 10% aller Brennstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen bestehen sollen. Damit haben wir Europäer den Palmöl-Boom noch weiter angeheizt. Biodiesel hätte der Weg aus der Treibhausgas-Krise sein sollen. Damit wollte man den CO2-Ausstoss im Verkehr unter Kontrolle bringen. Aber der Schuss ist nach hinten losgegangen. Wenn wir Palmöl hernehmen, ist das ein gutes Beispiel. Die steigende Nachfrage treibt jetzt die Zerstörung des Regenwaldes voran. Und dabei werden wieder Treibhausgase freigesetzt. Und das begünstigt wiederum den Klimawandel. Einige Forscher meinen, dass die Lösung, den immer grösser werdenden Palmölbedarf zu decken, nicht im vermehrten Anbau, sondern im Labor zu finden ist. Als wir begonnen haben, Ölpalmen anzupflanzen, lag der Ertrag bei ca. 14 Tonnen pro Hektar im Jahr. Im Labor haben wir Palmen geschaffen, die in der Lage sind, 40 Tonnen zu produzieren. Ertragssteigerung im Labor, das heißt im Klartext Genmanipulation. Die Regierung von Malaysia setzt auf diesen Weg. Die Wissenschaftler arbeiten mit Nachdruck an der Grundlagenforschung und werden vom Staat finanziell unterstützt. Seit 2013 ist das Ölpalmenerbgut entziffert. Die Folgen sind ungewiss. Die Palmölindustrie ist noch auf anderer Front unter Beschuss. Wie alle Monokulturen haben auch Ölpalmenplantagen ein Problem mit den Schädlingen. Weil ihre natürlichen Feinde aufgrund des einseitigen Nahrungsangebotes dort nicht leben können, nehmen Schädlinge über Hand und müssen mit Pestiziden bekämpft werden. Der organische Abfall aus den Plantagen wird derzeit meistens verbrannt. Auch das trägt zur Klimaerwärmung bei. Dabei lassen sich die Abfälle durchaus recyceln. Das Wichtigste ist, den Abfall der Palmölmühlen zu kompostieren. Dann können wir verhindern, dass beim Verbrennen Methangas austritt. Methan ist eines der Treibhausgase und es ist 21 Mal schädlicher als CO2. Umfassende Aufklärung über die Auswirkungen des weltweiten Palmöl-Booms ist die einzige Möglichkeit, der Problematik zu begegnen, sagen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und der WWF. Ihrer Hartnäckigkeit ist es vorrangig zu verdanken, dass bei den industriellen Abnehmern von Palmöl weltweit ein Umdenken eingesetzt hat. Hin zu Schutz von Natur und bedrohten Tierarten. Mit gezielten Kampagnen konnten internationale Großkonzerne wie Procter & Gamble oder Nestle dazu gebracht werden, ihre Hauspolitik zu ändern und schmutziges Palmöl sukzessive aus ihren Produkten zu verbannen. Fast täglich sehen wir im Fernsehen die Auswirkungen des Klimawandels und der Trend geht überall auf der Welt hin zu Verantwortung übernehmen. Es liegt an uns Konsumenten, die Zukunft mitzubestimmen. Denn mit unserem Kaufverhalten beeinflussen wir die gesamte Herstellungskette, vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Worauf es ankommt, ist letztendlich, dass wir begreifen, dass ein lebender Wald zu wertvoll ist, um ihn abzuheuzen. Das RSPO-Siegel, das nachhaltig produziertes Palmöl zertifiziert und auch die EU-Verordnung, die Transparenz bei der Verwendung von Palmöl in Produkten vorschreibt, sind Schritte in die richtige Richtung. Doch letztendlich müssen wir uns bewusst machen, dass Nachhaltigkeit ihre Grenzen hat. Denn auch nachwachsende Ressourcen wie Palmöl können kein grenzenloses Angebot zur Verfügung stellen. Nachhaltigkeit, das ist auch ein gutes Stichwort für die Reportage, die jetzt folgt. Ein paar Zahlen gefällig. Ein Drittel der weltweit produzierten Nahrung landet im Müll. In den USA müssen 20 bis 70 Prozent einer Ernte entsorgt werden. Nicht, weil die Produkte ungenießbar wären, sondern weil sie einfach nicht schön genug aussehen. Das so verschwendete Wasser würde für 500 Millionen Menschen genügen. Nahrung im Überfluss, während Teile der Welt hungern? Genau so ist es. Aber das Filmemacherpaar, das zum Selbstversuch Wir essen nur noch, was weggeworfen wird, angesetzt hat, war dann doch erstaunt über die Mengen an völlig genießbarem Müll. Bleiben Sie dran für den spannenden Selbstversuch, bei dem der Protagonist sogar noch zugenommen hat. Denn man kann gar nicht so viel essen, wie weggeworfen wird.